Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kammer. Ich hatte riesen Packlack, damit meine ich wirklich das krasseste Packlack überhaupt. In diesem Video seht ihr die Highlights aus den letzten Tagen. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da für den Support, gönnt euch das Video. Und ich habe gehört, wenn ihr mir ein Follower auf Insta da lasst, werdet ihr genau das Team euch aufgezogen haben. Ansonsten lasst uns die 1000 Likes knacken, das geht, wenn möglich jeder auf den Like-Button drückt. Viel Spaß mit dem Video. Boah, ich habe gestern um 23 Uhr angefangen. Ich, so voll krank, sitze hier in meinem Zimmer. Voll kalt, eine Decke schnell übergezogen, doch schnell auf 11 Siege gezockt. Nee, ich habe sogar auf 14 Siege gezockt. So, meine Packs sind die letzten Tage mal respektlos. Rullet und Euse. Oh nee. Also ich brauche wirklich Futter, um Eike Päcki auf dem RTG machen zu können. Was? Dann ziehe ich ja auch heute was Gutes. Oh, Rotri, okay. 89 plus. Machen wir mal Kampagne auf, komm. Wird eh nix rauskommen. Brasilien. Sturm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Joao Pedro. Wichtig, Chad. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, wie viel denn noch wert ist. Aber, Chad, ich habe ihn doppelt. Und das ist das Wichtige. Oh, 500. Was? Ich dachte, ich habe ihn tradable. Ey, das kann nicht sein. Wir machen mal den, das erste Eike Pack machen wir mal mit Dings auf hier. Mit, äh, mit Stat Reveal, oder? 87. Sieht eigentlich stabil aus. 87. Defensive. Oh, bitte, 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 gutes Dribbling. Rooney ist kein Mod da, ne. Hallo, Davido. 90 Schuss. 88 Tempo. Ne, Skolls ist es nicht. Ist ein Stürmer, oder? Rooney. Wayne Rooney, Chad. Gut oder schlecht? W oder L? Ja, ist okay, oder? Ganz ehrlich, zu meinem Team an sich passt es jetzt nicht. 340 auf, ja, okay, 340. 340k. Gut, ich mache einfach meine WL-Rewards auf Chat. Und dann gehen wir ab in die Icon Packs. Ey, wirklich, ne? Ich hatte noch nie WL-Rewards bei mir, die richtig krass gegönnt haben. Oh. Milinkovic. Kostet mich immer auch nur 20k, oder? Gönnen. Ich gönne es nicht. Erster Spieler. Let's go. 89 Physis. Sehr gut. Sehr gut. Was hat nochmal Yaya Touré? 46 Steff. 86 Dribbling. Hä, wer hat denn so viel Physis? Tevis. Laber nicht. 80 Passspiel. 89 Schuss. Könnte ehrlich Tevis sein, oder? Ja. Okay, Preis ist bei 230 so. Ja, doch komm, geht klar, Chad. Ist okay. Aber wer war ich? Ey, Chad. Wie viel ist da noch jemand drin? 77, 78. 86. Ja, okay. Nicht so beweglich. 88 Pass. Machisio. 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 85 Schuss. Aber es könnte auch, Riese ist es nicht, oder? Kessler. Oh mein Gott. Die haben wir ja alle komplett vergessen. Aber der Pick war ganz okay, ne? War ganz gut eigentlich. Wen soll ich nehmen? Tevis oder Kessler? Kessler 300k. 15. Ja, 300. Okay, Tevis ist ein W. Jetzt kommt eigentlich das Beruf, warum wir hier eigentlich das machen. Zwei Icon Packs. So, allererstes Icon Pack Chat. Muss was Gutes kommen. Ich guck nicht hin. Oh, bitte kein Engländer. Ich schwöre nur, nur kein Engländer. Bitte nur kein Engländer und keine Müll-Icon. Seedorf. Yo. Voll viele haben Seedorf geschrieben. Oh mein Gott. Ich habe schon so auf Seedorf gezogen, ne? Ihr wisst es nicht. Okay, komm. Letztes Icon Pack. Machen wir mal ein Roulette. Ich schwöre bitte einmal was Gutes. Ich kann nicht. Ich ziehe nur Müll. Ich habe aber gar nicht abgecheckt, welche Icons ich doch im Verein habe. Ich habe auf jeden Fall Rooney gehabt. Oh, ich dachte schon. USA. USA vergesse ich immer. Es ist gut, dass ihr das im Chat schreibt. Also, welche hatte ich nochmal im Verein? Ich hatte eigentlich alles abgegeben, bis auf Blanc, Schmeichel, Rooney und Raoul. Ich kann nicht schon wieder eine Kacke-Icon ziehen. Das kann, das geht nicht. Boah, Best wäre jetzt krass. Best wäre krass. Aber Best ist es natürlich nicht. Ich ziehe nur Müll in diesem Spiel. Bitte schick mich nicht ins Noch. England Save. Kamerun. Och, Mann. Japan. Ah, und Isien. Den hatte ich auch schon. Alles gut. Monate. Scheiße. Ich weiß, dass ich auch. Boah, jetzt Deutschkopf. Gut, Chat, gut aufgepasst. Okay, wir machen erstmal Argentinien, weil da sind nur Müll-Icons. Also, wenn da... Okay, komm. Position. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche endlich mal eine gute Icon. Hä, top 9 ist doch jetzt eh schon Kiwi. Raoul hatte ich schon. Jetzt so ein Euse würde... Oder Luis Figo? Nee, Luis Figo nicht, glaube ich, oder? Bitte, Euse. Bitte. Boah, jetzt so ein Malini. Mein Herz, immer wenn diese Leitkarten kommen. Mein Herz. Nee, da ist es nicht, ja, okay. Boah, Mann, ey, das erschreckt einen immer so krass. Boah, boah. Ey, Chat, es gibt kein schlimmeres Land. Doch England. Aber, ey, bei Niederlande gibt es auch so viele Scheiß-Icons. Da kann jetzt wieder alles kommen. Von einem Coman bis zu einem Van Nistel-Roy. Soll ich einfach das ganze Land machen? Ich mache jetzt alles. Oh mein Gott, komm. Kräuf. Oh mein Gott. Ich habe Kräuf gezogen. Niemals. Mein erstes Weh. Mein allererstes Weh. Oh mein Gott. Juhu. Juhu. Weh ist in den Chat jetzt aber. Verdientes Weh. Verdientes Weh. Oh, ich bin so erleichtert, Chat. Ich habe noch nie Kräuf gezogen. Ich habe zwei Niederländer gezogen. Seedorf und Kräuf. Und ich bin schon außer Puste, ne? Weil ich krank bin. Kaptevier. Ich weiß nicht, ob du Kaptevier irgendwo machen kannst. Wie alt bist du? 23. Boah, wenn das jetzt mal Dini ist. Wenn das jetzt mal. Oh, er hätte es sein können. Also eben aus dem Hero Pack hatte ich... Wie heißt der nochmal? Tevis. 89. 89. Ja, ja. Touré. 72. Dribbling. Ne. Ne. Das ist ein IV. Das ist Ledley. Ey, ich habe den doch gerade abge... Ne, den habe ich nicht abgegeben, ne? 72. 72, 94. 90 Dribbling? Oha. 91 Beweglichkeit. 83 Pass. 88 Schuss. Äh, Chad Wessers. Keen hat Lupfer. Es ist Francescoli. Okay, Chad, ich brauche jetzt mal eine Bewertung von euch. Ist der gut? 127 K. Small way. Er hat sehr viel unentschieden getippt. Er dachte sich, nein, schnell. Keinen Bock mehr. Oh, Bernardo. Bernardo und... Milinkovic. Oh, den habe ich eben schon gezogen. Ich muss weniger Shoppacks kaufen. Bei dir passt es. Echt, da ist das Geld gegönnt. Dankeschön zu Isi. Oh, Müll, ne? Ey, Kühlmann ist so eine Icon, die zieht man richtig oft, ne? Ohne Witz. So, Chad, wir haben mal wieder diese 100 Upgrade Packs gemacht. Äh, bist du gerade 100 Packs? Ja, 100 Packs. Und weil ich die gemacht habe, bekomme ich nochmal krasse Packs dazu. Guck, Chad, das haben wir gemacht. Und davon haben wir diese coolen Packs noch. Hier, 81 x 11, 85 x 2, 83 x 5. Aber die hole ich erst nach den Packs ab, wenn wir die bekommen haben. Eben, ich will später mal Team schicken auf Instagram, aber da kann man ja keine Bilder beschicken. Ja, voll dumm, ne? Erster Workout. 87 sogar. Special ZDM? Äh, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Radioaktiv! Cassier! Oh mein Gott! Kein 87er! Stabil aber! Wie krass, der Mann ist doch erst neu zu Barca gewechselt und dann direkt zu, äh, Al, wie heißt das? Al-Ali, oder? Ähm, ich mache keine Radioaktiv-Evo, weil ich habe mich leider diese, weil ich krank bin, habe ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Tatsächlich. Erst, warte mal, wir haben einen Workout gezogen. Genüsslich spielt auch Balazio. Ja, Mann. Und binnen im tiefsten Loch habe eben dieses... Zwei... Ey, schon wieder Kurbel! Hab 3x84? Ja, die waren ja gestern Boden los, die 3x84. Ey, schon wieder Kurbel! Junge, was war das für ein Meme, aber... Also, was war das für ein Bild? Was ziehe ich hier? Ne Icon? Laber! Niemals, Cafu! Oh mein Gott! Was? Aus was jetzt? Was war das für ein Fett? Was um alles in der Welt war das gerade? Es ist tradable! Es ist tradable! 1,2, Chat! Oh mein Gott! Wisst ihr, aus welchem Pack das war? Aus dem, äh, weil ich gerade Mbappé gemacht habe, bekommt man ja immer Packs. Das war irgendein scheiß Goldpack. Ich denke immer, dass es... Ich schwöre, ich denke immer, dass es Hansen. Aber wir scheißen jetzt auf Hansen, weil wir hier ihre Trailblazer-Karte haben. Inform! Garnacho! Garnach! Sehr cool! Ja, der sieht in-game richtig gut aus! Na na na! Na 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 na! Ha Allah! Wir haben gerade über den geredet! 91er Hauler! Äh, Kuss an dich! Hier auch wieder ein Sub im ersten, erster Monat. Supporter seit heute. Vielen lieben Dank für den Anfang der Supporterschaft. Kuss geht raus an dich. Erster Workout. Vielen lieben Dank. Yeah! Let's go! Wir haben jetzt hier krasse Packs, Leute. 81 mal 11, 80 mal 10, 84 mal 2, 83 mal 5. Oh, Lewandowski! Ihr könnt auch natürlich Prime-Sub da lassen, dann bekommt ihr keine Werbung. Oh! Schon wieder Irina Paredes. Letztes Pack. 85 mal 2. Rüdiger. Toni Kroos, sehr gut. Wichtig. Wie schlecht waren die Packs? Einfach, Kräufer hat dann auch kaum ein Loch geholt. Ernst. Oh mein Gott! Company! Nee, er kommt da aus der Ecke, der Mann und zieht Company. Ich glaub's nicht. Chat, heute Packlack... Mein Tag ist heute. Chat, ladet mich alle ein. Das ist verrückt. Heute ist Packlack-Tag. Also, aber ohne Witz. Auf Insta mir ein Follow da lassen, lohnt sich. Denn ich werde ab dem 20. Dezember jeden Tag, also vielleicht auch schon früher, jeden Tag eine 10er-PSN-Karte in meine Insta-Story packen. Also einfach so wie als Adventskalender mäßig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, Like und Daumen und Glocke. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und danke für den Support. Tschüss.